hallo zusammen herzlich willkommen in diesem video ich melde mich heute nur ganz kurz mit den wichtigsten produktneuheiten im survival pro onlineshop monat märz 2018 wir haben ganz neu im sortiment die genialen und von allen seiten nur gelobten militärrucksäcke der firma savotta aus finnland und die möchte ich euch in diesem video ganz kurz vorstellen bleibt dran los geht's der firma savotta ein familienunternehmen aus finnland und die produzieren seit über 50 jahren trekking ausrüstung zelte rucksäcke speziell für den professionellen einsatz also sprich militär ja und das heißt nur hochwertigste materialien zusammenarbeit mit den finnischen streitkräften handarbeit made in finland und der schwerpunkt liegt also hier wirklich auf langlebigkeit robustheit und dass die sachen wirklich unter extremsten widerbedingungen zuverlässig funktionieren die jägerserie hat genau vier modelle und die gucken uns jetzt an als der wir haben wir fangen wir mit den kleinsten an ist der jäger s oder auch jäger mini genannt mit volumen 18 bis 22 liter gleich gefolgt vom jäger m oder auch jäger 2 genannt mit 22 plus 7 liter dann haben wir den tagesrucksack jäger l oder auch grenzjäger genannt mit 40 bis 60 liter und das topmodell ist der jäger 1 xl mit 70 bis 85 liter so ihr findet die links zu den produkten wie immer hier unter der video beschreibung einfach draufklicken oder ihr gebt ein im survival book online shop in der suche eine suchfunktion oben savotta habt ihr die auch direkt in der übersicht mehr infos gibt es im nächsten video ich habe nämlich auf der messe in nürnberg auf der iwa die jungs von savotta besucht und ein kleines video gedreht kleines interview das verlinke ich euch auch mal hier und wünsche euch schon mal viel spaß ich hoffe das video hat euch ein bisschen gefallen wenn ja lasst mal einen daumen nach oben da abonniert den kanal ich bedanke mich auf jeden fall für die aufmerksamkeit wünsche dir einen schönen tag bis demnächst macht's gut und tschüss bis zum nächsten mal